Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Folge von Pokemon Crystal Clear, mit mir der Folge in Part Nr. Crystal Clear, Part Nr. 4. Ja und ja, ich war jetzt überschritten, aber es macht Spaß. So, bei Rentenbar hat es ein bisschen was feierert. Rentenbar hat uns auf der Sondwilch. Dann war uns auf der Sondwilch. Habitat hat uns auf der Sondwilch weiterentwickelt. Dann ist es schon weg. Und dann ist es schon weg. Wann mit diesem Team machen wir uns jetzt auf die Rägen. Nummer 3. Hi, I'm Whitney, I'm going to offer to Pokemon, so I got a turn too. Pokemon will see like you. You want to battle? I'm one of you, I'm good. Urgh. 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 I located in this club. Nooo, I'm going to be talking about this. I'm going to be talking about this. Oh, I'm going to be talking about this. I thought, I'm going to be talking about this. The other item can also hold. Hello, this is our official Pokemon late office. Countdown is completing another particular. We've updated your counter-structure in New. It currently has three legs. We ask if skill trainers use our Pokemon to plot, this also goes for both traffic to the cyber city. So, ich würde trotzdem sagen, wir wollen jetzt die Art. Okay, ich würde gerne gerne machen. Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.